in der stolzen Demut des Journalisten, denn Sie kennen vielleicht den Unterschied zwischen dem Stadtpräsidenten, dem Rechtsanwalt mit seinem Anwaltsgeheimnis und dem Journalisten. Der Stadtpräsident überlegt es sich dreimal, bevor etwas sagt, der Anwalt überlegt es sich dreimal, bevor er dann lieber nichts sagt und der Journalist sagt es lieber dreimal, bevor er sich es überlegt hat. Aber ohne große Überlegung darf ich sagen, wie gern ich nach Zug gekommen bin. Nicht der kurzen Reise von Zürich her wegen, sondern weil mich mit dieser Stadt vieles verbindet. Mein Schwieger Großvater, wenn es dieses Wort geben sollte, war Dagobert Kaiser, der Zuger Architekt und meine Frau ist eine halbe Zugerin und an vielen Familientreffen und Familienfesten durfte ich in dieser Stadt sein und gerne und ich habe sowohl die Gastfreundschaft dieser Stadt kennengelernt als auch ihre vielen, vielen Ressourcen und nicht nur diejenigen, von denen man in der Zeitung liest. Lassen Sie mich zu Beginn, obwohl das Buch nach der Krise heißt, mit aller Zuversicht ein paar Gedanken anstellen. Sie kennen vielleicht den Unterschied zwischen dem Optimisten und dem Pessimisten. Unabhängig davon, was beide denken, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Aber am Schluss hat der Optimist weit mehr Spaß gehabt. Lassen Sie mich also kurz reflektieren darüber, warum ich dieses Buch geschrieben habe, das uns heute Abend zusammenführt und ein paar Erkenntnisse aus dieser Krise mit Ihnen teilen und in einem zweiten Teil dieser Rede dann auch, ich höre so einen Hallern, aber ich hoffe, dass man mich gut hört, und wir im zweiten Teil dieser Rede dann ein paar Gedanken auch zur besonderen Lage unseres Landes anstellen. Wir alle, und der Stadtpräsident hat es betont, sind von dieser Krise betroffen, mit dieser Krise beschäftigt. Etwas stärker die einen, etwas weniger stark die anderen. Und trotzdem sieht man rundherum lauter auch Fachleute oder Menschen auf der Straße, die sich fragen bis heute, was ist eigentlich los, was war eigentlich los, was sind die tieferen Gründe und Beweggründe. Und das war mein erster Impuls, zu versuchen, auch für Nichtökonomen, für Menschen, die nicht ökonomisch besonders bewandert sind, hier die großen Züge dessen, was geschehen ist, zu erörtern. Und ich glaube, wenn man diese Krise verstehen will, das war beim Schreiben, und das Schreiben ist ja auch immer wieder eine Art zu denken, meine erste Erkenntnis, will man diese Krise verstehen, dann ist es vielleicht sogar teilweise von Vorteil, kein Ökonom zu sein. Denn diese Krise ist nicht nur eine Finanz- und Wirtschaftskrise, sondern sie ist zutiefst auch eine Werte-Krise, und darauf werde ich zurückkommen. Zum Zweiten hat mich beschäftigt, als Sozialliberaler, der ich seit langer, langer Zeit bin, seit meinem Studium in St. Gallen, der waschende Diskurs über die vergangenen Jahrzehnte war Eigenverantwortung, Eigenverantwortung, Eigenverantwortung. In allen Reden, Sonntagsreden von Wirtschaftsführern wurde dies in den Mittelpunkt gestellt, die Eigenverantwortung müsse gestärkt werden. Doch in dem Augenblick, in dem die Krise ausbrach, haben viele unserer Wirtschaftsführer, viele unserer führenden Liberalen zunächst einmal gesagt, vor allem der Staat ist an dieser Krise schuld. Nicht die Eigenverantwortung war plötzlich da, sondern die Fremdverantwortung des Staates. Und ich glaube, dass es die Pflicht eines jeden Liberalen ist, ob er nun wirtschaftsliberal oder sozialliberal oder was es da an Schattierungen auch immer geben mag, dass es die Pflicht eines jeden Liberalen ist, sich mit dem eigenen Gedanken gut auseinanderzusetzen. Wenn einer das tun muss, dann ist das der Liberale. Und als Marktwirtschaftler kann man wahrlich nicht stolz sein über die Art und Weise, wie sich über die vergangenen zwei, drei Jahrzehnte die Finanzmärkte entwickelt haben. Hier bedarf es der selbstkritischen Auseinandersetzung, um die Marktwirtschaft auf eine neue, glaubwürdige und stabilere Grundlage zu stellen. Nun zum Dritten fiel mir auf, dass im Nachgang zu dieser Krise plötzlich so etwas wie die Stunde der Ingenieure war. Wie etwa nach einem Gau oder beinahe Gau bei einem Kernkraftwerk kam der eine und sagte, man müsste diesen Hahn aufmachen, der andere, hier brauchen wir einen Überlaufbehälter. Der Dritte sagte, nein, diese Leitung muss umgelegt werden und so weiter und so fort. Ich glaube, nein, wir stehen in der Pflicht, selbstverständlich eine Vielzahl von technischen, vielleicht sogar technokratischen Maßnahmen zu treffen, einerseits. Aber auf der anderen Seite ist diese Krise, die uns noch lange beschäftigen wird. Und hier habe ich möglicherweise eine Nuance zum Stadtpräsidenten. Ich glaube, sie fängt erst richtig an, dass wir uns mit dieser Krise über die Grundlagen des Systems, das unser Leben so stark prägt, auseinandersetzen. Und zunächst einmal uns auch, gerade wenn man liberal ist, über ein paar elementare Kategorien wieder Rechenschaft ablegen. In der Zeit vor der Krise wurde beides gleichermaßen verteufelt, gleichgesetzt die staatliche Intervention und die staatliche Regulation. Beides war schlecht. Im Vordergrund stand die Vorstellung eines sich selbst, weitgehend selbst regulierenden Marktes. Und bis heute herrscht ein großes Durcheinander, eine unscharfe Begrifflichkeit in Sachen Intervention und Regulation. Und nicht wenige Bankiers, die enorm profitiert haben, von den massiven staatlichen Interventionen ins Markt geschehen, wie der Geldmarkt überflutet wurde von Zentralbankgeld, um das System zu stabilisieren, sehen wir sehr viele Bankiers, die sich über diese massiven Interventionen freuen, aber sich bis heute heftig wehren gegen eine straffere Regulation. Und ich sage, solche Bankiers sind sonntagsliberale und werktagsmarxisten. Denn das liberale Gedankengut ist genau das Gegenteil. Eine gute Regulation verhindert staatliche Intervention ins Marktgeschehen. Es ist die Kernaufgabe des Staates, die Kernaufgabe des Staates für eine Marktordnung zu sorgen. Und die Vorstellung, dass der Staat sich davon stehlen könnte, Ordnung auf dem Markt herzustellen, ist eine zutiefst illiberale Vorstellung. Warum muss der Staat, und wir wissen alle, um viele Unzulänglichkeiten dieses Staates, warum muss der Staat für Ordnung sorgen? Aus einem ersten Grund, der nicht einmal ein ökonomischer ist. Wenn sich der Markt selbst reguliert, dann gelten vor allem und zuvorderst die ökonomischen Werte. Und alle nicht ökonomischen Werte, ich denke an die sozialen, die ökologischen, die kulturellen, manchmal sogar die nationalen, die europäischen Werte, welche Werte auch sonst im Leben so wichtig sind, die geraten unter die Räder. Und die Art und Weise, wie sich über die vergangenen zwei, drei Jahrzehnte der Bereich der Wirtschaft expandiert hat und das Nichtwirtschaftliche zurückgetränkt wurde, finde ich besorgniserregend. Ich bin ein überzeugter Marktwirtschaftler. Ich unterstütze und ich befürworte die Marktwirtschaft, aber ich bin ein entschiedener Gegner der Marktgesellschaft. Und wir haben gesehen, wie sich die Marktwirtschaft ausuferte zur Marktgesellschaft. Der Markt müsste im Dienste dieser Gesellschaft stehen und über die vergangenen zwei, drei Jahrzehnte sahen wir, wie stärker denn je es umgekehrt wurde, die Gesellschaft geriet zusehends in den Dienst des Marktes. Bis hin zum Sozialarbeiter, der einen Fürsorgebedürftigen als Klienten bezeichnet, weil diese ökonomische Bezeichnung in der durchökonomisierten Gesellschaft ihn fast schon wieder adelt. Die Durchökonomisierung der menschlichen Beziehungen zersetzt, zerrüttet, schwächt jede Gesellschaft. Und wir sind in dieser Ökonomisierung menschlicher Beziehungen sehr, sehr weit gegangen. Der zweite Grund ist ein durchaus ökonomischer. Sämtliche wirtschaftshistorische Erfahrung lehrt uns, dass ein sich selbst regulierender Markt besonders krisenanfällig ist. Und der Beweis wurde in den vergangenen zwei, drei Jahren erbracht. Mit anderen Worten stehen wir vor der ganz neuen Aufgabe und darin sehe ich eine große Chance, für eine gescheite, neue Art und Weise des Verhältnisses zwischen Staat und Wirtschaft zu sorgen. Wir brauchen einen kompetenten und starken Staat. Der Erfinder des Wortes Neoliberalismus, der deutsche Ökonom Alexander Rüstow, sagte 1932, zu Ende eines Vortrags vor dem Verein für Sozialpolitik, Sozial mit C geschrieben, der Club der größten deutschen Ökonomen, schließt einen Vortrag mit den Worten, Der neue Liberalismus, für den ich eintrete, bedarf eines starken Staates zugunsten einer liberalen Wirtschaftspolitik und einer liberalen Wirtschaftspolitik zugunsten eines starken Staates, denn beides bedingt einander. Was man in der Zeit von 1980 bis heute als Neoliberalismus bezeichnet hat, hat mit dem, was die Neoliberalen der 1930er, 1940er Jahre, weil die ja vielfach auch heftige Gegner des Nationalsozialismus waren. Einer, Wilhelm Röpke, floh ja in die Schweiz und war bei dem Institut, dessen Präsident des Stiftungsrates ich sein darf, in Genf, Graduate Institute of International Development Studies, bis zu seinem Tod 1964. Professor, die Neoliberalen der 1930er Jahre haben in keiner Weise die Selbstregulierung des Marktes gepredigt. Aber damit der Staat diese Regulierung einigermaßen wahrnehmen kann, muss er unabhängig sein, muss er über den Dingen stehen und sich nicht in den reinen Dienst der Wirtschaft stellen. Ich glaube, es ist eine zweite grundsätzliche Lehre, die wir aus dieser Krise ziehen müssen. Die Vorstellung, dass ein schwacher Staat besonders wirtschaftsfreundlich wäre, ist hier Lügen gestraft worden. Viel wirtschaftsfreundlicher ist ein stark kompetenter Staat. Der schwache Staat kompensiert seine Schwäche durch Aktivismus und reguliert viel, aber schlecht und am Wesentlichen vorbei. Wir haben es gerade in der Finanz gesehen. Der starke Staat, der kompetente Staat, reguliert wenig, aber wirksam und gut. Und das bedeutet, dass er auch in der Lage sein muss, mal der Wirtschaft Nein zu sagen. Und gerade hier erleben wir einen Paradigmenwechsel. Als der heutige Finanzminister und der damalige Justizminister in den Bundesrat gewählt wurden, jubilierte Marcel Ossel, damaliger Präsident der ÜBS, die Interessen seiner Bank seien, Zitat, in mehreren Departementen jetzt gut abgestützt, es breche eine Glanzzeit für den Finanzplatz an. Die Vorstellung war, dass hier die Wirtschaft letztlich bis in den Bundesrat hinein das Sagen hat und der Bundesrat mehr ein Dienstleister der Wirtschaft ist als eine Ordnungsmacht. Dies muss jetzt umgekehrt werden. Wir brauchen einen unabhängigen Staat. Wir brauchen einen hoch wirtschaftsfreundlichen, aber unabhängigen Staat. Selbst Marcel Ossels Nachfolger als CEO, der heutige ÜBS-Präsident, sagt, was ist denn ein Aufseher, der das tut, was der Beaufsichtigte möchte. Wir brauchen hier Unabhängigkeit. Unabhängigkeit. Es gibt nichts wirtschaftsfreundlicheres als eine gewisse Distanz zur Wirtschaft. Und zum Zweiten stehen wir in der großartigen Lage, heute nicht mehr doktrinär denken zu müssen. Wir wissen alle, der Markt ist ein hochwichtiges, hochnützliches Instrument, aber ein völlig unzulängliches. Und wir dürfen weder vom Markt noch vom Staat irgendwelche Wunder erwarten. Das eröffnet die Perspektive einer Diskussion, wie sie Liberale führen sollten, nämlich einer offenen Diskussion. Einer Diskussion, in der man über Privatisierung oder Verstaatlichung dort, wo es nötig sein sollte. Die Schweden haben dank Verstaatlichung, zeitweiliger Verstaatlichung ihres Bankensystems hervorragende Ergebnisse bei der Bewältigung einer Krise erzielt. Wir können über Privatisierung oder Verstaatlichung Regulation und Intervention sehr viel unbefangener reden. Und wir stehen vor der Pflicht hier, die ökonomische Wissenschaft zuvorderst, über Regulation sehr viel intensiver zu forschen und nachzudenken. Wenn Novartis oder Roche ein neues Heilmittel auf den Markt bringen, dann ist es x-mal getestet worden. Regulation ist heute noch weitgehend dem Feld der Improvisierung überlassen und eine Professionalisierung dessen, was Regulierung sein könnte, wird unserem Lande und weit darüber hinaus massiv nützen. Ich könnte noch viele andere Aspekte erwähnen. Ich will es nicht tun, denn die Zeit läuft uns, glaube ich, davon. Oder nicht? Nicht einmal? Gut. Dann werde ich episch. Für mich besteht die große Aufgabe darin, zurückzufinden in der Marktwirtschaft zu dem, was auch die Stärke unseres Landes ausmacht, nämlich den Ausgleich der Interessen. Der Ausgleich zwischen Kapital und Arbeit, er ist aus dem Lot geraten, in dem Augenblick, in dem das Kapital dank des Wegfahrts, Kapitalverkehrskontrollen und sonstigen Behinderungen des Kapitalverkehrs unglaublich mobil wurde, die Arbeit aber nicht. Das Kapital schnellt dorthin, wo es wenig besteuert wird. Die Arbeit kann dies in viel geringerem Ausmaße tun. Und wir haben erlebt, wie im Kapitalismus, wo das Kapital sowieso eine größere Rolle spielt noch als die Arbeit, sonst hieße unser System Laborismus und nicht Kapitalismus, wie die Macht des Kapitals immer größer wurde und diejenige der Arbeit immer kleiner. Das ist ungesund. Es ist nicht nur verteilungspolitisch fragwürdig, das würde ich nicht einmal an erster Stelle erwähnen, aber wenn der eine sogenannte Produktionsfaktor, wie die Ökonomen sagen, immer wichtiger wird und der andere zurückgedrängt, einen tendenziell wachsenden Anteil an der Finanzierung der staatlichen Aufgaben trägt, weil die Arbeit stärker besteuert wird, als das flüchtige Kapital, dann gerät unser System aus dem Lut. Es ist ja eine große Erfahrung der Wirtschaftsgeschichte, dass man das Finanzsystem immer wieder erden muss. Ein Bankier hat kurzfristiges Geld, er muss schnell handeln, ein Industrieller, muss sehr viel langfristiger denken und hat auch längerfristiges Geld. Zweitens wiederherzustellen, das Gleichgewicht, dasjenige zwischen Staat und Wirtschaft, darauf bin ich ja zu sprechen gekommen. Das dritte, ganz wichtige Gleichgewicht ist derjenige zwischen Eigennutz und Gemeinsinn. Der Kapitalismus lebt von dieser Triebfeder des Eigennutzes. Was wir aber erlebt haben in den zwei vergangenen Jahrzehnten, war das auch Ausachten des Eigennutzes zur Gier. Es gibt Phasen im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft, in der der Eigennutz zwar genutzt wird, aber auch gebändigt, in richtige Bahnen gelenkt wird. Wer aber eine Ideologie vertritt, wonach der Eigennutz immer zum Vorteil der Gesellschaft ausreicht, wer sagt, was gut ist für die ÜBS, ist auch gut für die Schweiz. Wer letztlich den Eigennutz überhöht, der gefährdet diesen Kapitalismus. Er lebt davon, dass es Dinge gibt, die man nicht macht. Und der Anstand verbietet vieles, was das Gesetz zulässt. Wir haben aber eine Periode erlebt, in der man nicht nur die Grenzen des Anstands ignorierte, sondern oft genug auch die Grenzen des Gesetzes. Sowohl ÜBS wie Credit Suisse haben beispielsweise in den Vereinigten Staaten einiges hier weit über das gesetzlich Zulässige gemacht. Und unser systematischer Umgang mit Schwarzgeld hat bei vielen die moralischen Kategorien dessen, was zulässig ist und was nicht, vollends verwischt. Das vierte große Gleichgewicht aus meiner Sicht, das man wiederherstellen muss, ist diejenige zwischen Produktion und Natur, zwischen natürlichen Ressourcen und unserer wirtschaftlichen Tätigkeit. Ich glaube, dass die große Aufgabe, ich mache es sehr kurz, die große Aufgabe des 21. Jahrhunderts darin liegt, für Kooperation zu sorgen, denn die Alternative ist Kooperation oder Krieg. In dem Maße, in dem die überlebenswichtigen natürlichen Ressourcen knapp werden, gibt es die Möglichkeit und das wird auf unzulängliche, zaghafte, manchmal halbherzige Art und Weise innerhalb der G20 sich getan, dass man sich zusammensetzt und versucht hier klar mit diesem sich abzeichnenden Mangel an natürlichen Ressourcen einigermaßen kooperativ umzugehen. Oder aber jeder versucht sich die knapper werdenden natürlichen Ressourcen anzueignen. Am Schluss wird selbst das privatisiert, was man sich unter Privateigentum heute noch gar nicht vorstellen kann. Zum Beispiel wird die reine Luft zum Atmen privatisiert, dann gibt es Gewinner, die überleben und Verlierer, die um ihr Überleben fürchten und das bedeutet Konflikt und das bedeutet Krieg. Unser System beruht auf Wettbewerb, wird sich aber ganz stark auch auf Kooperation ausrichten müssen und ich glaube, dass der Kapitalismus der Zukunft, das Wettbewerbsprinzip und das Kooperationsprinzip, die ganze Eidgenossenschaft ist für mich ein Abbild dieser beiden Prinzipien wird stärker betonen müssen. Ein letztes Wort zu der Lage in unserem Lande. Ich mache mir Sorgen über die Art und Weise, wie sich die Schweiz derzeit entwickelt. Ich beobachte, wie das, was die große Stärke unserer Politik über fünf Jahrzehnte seit der Zauberformel 1959 ausgemacht hat, zerfranst. Das, was man Konkordanz nannte, der Wille, der ganz große Wille zur Zusammenarbeit der maßgeblichen Kräfte, schwindet in dem Augenblick, in dem diese Zusammenarbeit wichtiger denn je wäre. Und eine für unser Land historisch völlig neue Lage liegt darin, dass die stärkste Kraft im Lande nicht mehr lösungsorientiert, politisiert weitgehend, sondern machtorientiert für ein paar Prozente mehr ist sie bereit, sehr, sehr vieles zu beschädigen. Und wir sehen, wie unsere Institutionen schlecht gemacht wurden, der Bundesrat wurde schlecht gemacht, ein nicht mehr im Bundesrat vertretener Politiker sagte, Gartenzwerge seien eigentlich wichtiger als Bundesreite, wie unser Parlament, unsere Volksvertreterinnen und Volksvertreter schlecht gemacht werden, geächtet als Klasspolitik und wie wir Angriffe auf die Justiz erleben, wenn sie denn Urteile trifft, die nicht ins Konzept passen, wie wir sie seit 1848, seit der Gründung des Bundesstaats nicht erlebt haben. Und als ob es der Angriffe auf diese drei tragenden Institutionen unseres Staatswesens nicht genug wäre, wurden neulich die Hochschulen als eine vierte tragende Institution angegriffen. Wer die ausländischen Spitzenforscher, die wir anzulocken wissen, angreift, destabilisiert dieses System, macht unseren Wissensplatz, der nach der Krise des Finanzplatzes wichtiger geworden ist, bringt ihn in die Defensive und wir sehen auch, wie die fünfte große Institution im Lande, die SRG, die den Zusammenhalt auch, den welchen Ich bin ein Roman und den Tessinen überhaupt ermöglicht, Medien von guter Qualität zu haben, im elektronischen Bereich ebenfalls angegriffen wird. Ich glaube, hier müssen wir umdenken. Das Zweite, was in unserem Land sich ungut entwickelt, ist, dass wir mittlerweile gestörte Beziehungen haben zu allen Schlüsselpartnern. Zu unseren großen Nachbarn Deutschland, Frankreich und Italien sind die Beziehungen belastet. Zur EU zu den Vereinigten Staaten nach der Flüchtlingsaffäre um die zwei Uiguren mit China und nach der Abstimmung über die Minarette mit einem Teil der islamischen Welt. Das ist für einen Kleinstadt Spitzeliz will, würde ich sagen. Ich glaube, dass wir hier ganz kräftig umdenken müssen und auf Kooperation setzen müssen, nicht auf Konflikt und wenn wir Avantgarde des Steuerwettbewerbs bleiben wollen, zu einem Zeitpunkt, da unsere Schlüsselpartner allesamt hoch verschundet sind, können wir das zwar versuchen, werden wir aber programmiert im nächsten Jahrzehnt von einem Konflikt zum anderen Schlittern mit unseren Schlüsselpartnern. Und zum Dritten, die dritte tragende Säule dessen, was die Stärke der Schweiz in den vergangenen Jahren ausgemacht hat, ist der Finanzplatz. Nach dem, was geschehen ist, wird er nie mehr ganz so sein, wie er ist. Je länger sich die Rückzugsgefechte in Sachen Bankgeheimnis hinziehen, desto geschwächter wird dieser Finanzplatz sein. Es ist hier an der Zeit, eine Rückzugslinie zu finden, die haltbar ist. Die Schweiz hat unhaltbare Positionen seit Jahren verteidigt und jetzt bekommt sie dafür die Quittung. Der große Widerspruch in unserem Lande liegt darin, dass viele große Unternehmen proaktiv denken, zu einer langfristigen Strategie fähig sind und dafür spricht der Erfolg unserer Konzerne, auf den wir stolz sein dürfen. Auf der anderen Seite haben wir eine Politik, die nicht nur nicht proaktiv ist, sondern so, wie sie sich derzeit entwickelt, fast schon autistisch. Sie tut den Kopf in den Sand, statt die Probleme frühzeitig anzugehen. Hätten wir vor vier, fünf, sechs Jahren den Ausstieg aus dem Steuerhinterziehergeheimnis gut vorbereitet, müssten wir in keiner Weise heute ÜBS-Kunden an die amerikanische Steuerbehörde verraten. Sie hätten Zeit gehabt, um zu disponieren, ihre Gelder zu legalisieren oder meinetwegen andere Lösungen zu finden, nicht in unserem Land. Gerade weil wir dieses Geschäft ausreizen wollten, bis zur letzten Minute, werden wir den Prinzipien, die dieses Land ausmachen, untreu. Und die große Lektion, die die Schweiz aus der Krise ziehen sollte, ist, dass sie in ihrer Politik Mut zum proaktiven Handeln entfalten sollte, auch wenn das kurzfristig unpopulär ist. So viele Politikerinnen und Politiker heute wissen, was zu tun wäre, so viele wagen es aber auch nicht, allzu laut zu sagen und das ist etwas, was das Land schwächt. Das waren ein paar einführende Worte, aber glauben Sie nicht, dass ich ein Schwarzmaler wäre, ich glaube, dass unser Land die Kraft hat, gerade auch dank seiner direkten Demokratie, die anstehenden Aufgaben anzupacken, wünsche mir, dass nicht die historische Tradition, dass alle größeren Entwicklungsschübe in unserem Land durch Außendruck entstanden sind, sich wieder einmal bestätigt, sondern ich glaube, wir müssen jetzt in eine neue Phase treten im 21. Jahrhundert, indem wir dieses Projekt Schweiz neu denken. Unsere Gründerväter 1848, und das waren großen Teil Liberale, unsere Gründerväter wollten diese Gestaltungsmacht, und diese Gestaltungsmacht können wir haben, sowohl in der Marktwirtschaft, wir können diese gestalten, sie lebt nicht von Naturgesetzen, als auch in der Politik. Politik, ich danke für die Aufmerksamkeit.